Um dieses Thema BNE stark weiter zu verfolgen, brauchen wir natürlich Menschen in einem pädagogischen Team, die selbst eine Offenheit an den Tag legen, die mit diesen Themen wie Partizipation und auch Demokratieerziehung das selbst gerne umsetzen. Das bedeutet auch, dass das Unterrichtssetting anders wird. Man muss einfach die Kinder noch mehr in den Mittelpunkt stellen, ihre Bedürfnisse und auch ihre Sorgen, die sie haben, die sie jeden Tag mit, egal ob es Überschwemmungen oder Kriege sind, muss man einfach aufnehmen, situativ, muss damit sich auch ein kleines bisschen verabschieden von einem ganz starren Plan, den man natürlich braucht, um einen roten Faden zu haben. Aber man muss das Situative reinbringen und darf als Pädagoge nicht starr an diesen Dingen weitermachen, sondern muss die Bedürfnisse und die aktuellen Bezüge mit einbeziehen. Und dann entsteht natürlich auch, dass all diese Themen leidenschaftlich rübergebracht werden können, wenn es auch Menschen beteiligt sind, die von außen mit ihren Themen hier reinkommen. Wir selbst sind nicht die Experten für den Wald oder die nachhaltige regionale Ernährung. Und da brauchen wir Menschen. Das heißt, Pädagogen müssen ihre Zimmertüren immer öffnen und müssen diesen Menschen Raum geben und dieses Setting schaffen, damit wir außerschulische Partner gut einbinden können. Und sie müssen ein bisschen Moderator sein. Es ist anders. Die Rolle verändert sich. Zusammenfassend für die Kinder strukturieren und eben mit es nicht denken als meine Klasse, meine Gruppe, sondern es ist ein Ziel einer Bildungseinrichtung. Und da muss man gleich mitdenken. So, jetzt haben wir die Kompetenz erworben. Wie kann diese Lerngruppe das vielleicht wieder teilen oder ich als Kollege dieses Wissen mit meinen Kollegen und wie können wir das als großes Projekt machen?